Servus Leute, was geht ab? Ich bin's mal wieder, Musti und einen Miniblog drehe ich heute mal. Haut rein! So, ich bin hier bei mir in der Ortschaft. In der Nähe von Waldorf, sag ich mal. Für die, die es kennen, die werden es erkennen. Aber der Rest bleibt ein Rätsel. So, hau doch ab her, Mann! Alter, das ist schwer. Das war cool! Das war geil! Ja! Also, ich habe in letzter Zeit nicht viel drehen können. Es war wirklich extrem heiß. Und ich war völlig kaputt von der Arbeit. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das Wetter, hoffentlich wird es mal ein bisschen milder. Und dann will ich noch mehrere Videos drehen. An den Wheelies bin ich immer noch richtig gut am Üben. Und es wird auf jeden Fall immer besser. Das hier ist so das Neubaugebiet bei uns. In der Ortschaft. So, little rich people. Nee, hier wohnen auch ganz normale Leute. Aber ist halt schön. Gibt es aber eigentlich auch gar nichts. Hier gibt es nur Häuser. Kein Bäcker oder sonst irgendwas. Da ist gar nichts. Aber jetzt da gleich weiter vorne. Da sind wir dann bei uns in der Einkaufspassage, sag ich mal. Ja, also hier ist so unsere Einkaufspassage. DM. Da haben wir noch Privatgymnasium. Da sind die rich people, sag ich mal. Das hier ist das neue Gewerbegebiet. Was hier gerade erschlossen wurde oder wird. Da machen die anscheinend so einen Bach noch fein. So, dann gucken wir mal. Dann bin ich der Erste, der wo jetzt hier ein Wheelie zieht wahrscheinlich. Haha, wenn ich das hinkriege. Ein kleiner Wheelie geht. Small Wheelie. Aldi. Ja, Aldi, Rewe, Dietl. Haben wir alles da. Und äh, ja. Ich fahr jetzt wieder mal ins Feld. Und übe ein paar Wheelies. Dazu gibt es auch ein Video. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir was in die Kommentare. Ein Daumen würde mich wie immer freuen. Und... Immer gut üben. Tschau. 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 Und du die Häfe. Schrauben. Tschau. Musik. Musik. Jetzt.